Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mario Kart 8 hier mit Sascha. Moin moin moin. Und mit dem Krischi. Und wir haben beschlossen, wir nehmen jetzt mal eine kleine Änderung vor. Und zwar, wir spielen zwar gleich immer noch 200cc, aber wir nehmen Bikes. Und zwar ausschließlich Bikes. Yay. Yay. Ähm, oh Gott, was nimmt man denn da? Ich hab's auch so, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall mächtig schief gehen, deshalb wird's witzig. Das sieht doch ganz ausdrücklich aus. Komm, ich nehm das mal. Keine Haftung, das passt. Das wird super. Das wird super. Spitze wird das werden bei 200ccm. Alter, das Handling. Äh, 200 Kubik halt. Was hast du denn da für ein geiles Ding? Das Rem-Bike? Hm. Von Rally-Reifels Nummer 2er. What the fuck, ey. Die Beschleunigung. So. Alles klar. Ich brauchst überhaupt keine Haftung, aber... Ich auch nicht. Oh Gott. Nur Bikes, jawohl. Go for it. Ich will nicht. Das wird Chaos. Lalalalalalalalalala. Bitte? Really? Wie macht man den nochmal? Ging das überhaupt bei der Wii U? Ich weiß gar nicht. Geht das nicht nur auf der Wii? Bin mir nicht sicher. Ich auch nicht. Ich lass es einfach. Ich probiere das gleiche auch. Und die erste Strecke wird das... Und schon wieder. Die Strecke liebt den Disco-Drom, ey. Meine Idee... Erstmal die falsche Taste. Ich muss mich beschleunigen. Holy fuck! Das Kurvenlage... Oh! Das Kurvenlage... Oh shit! Oh Gott! Holy moly! Ich komm gar nicht drauf klar gerade. Was soll ich denn? Ich bin ganz schwer. Ganz schwer nur. Scheiße. Gucken, wer kann sich hier am besten anpassen? Ui! Blaue! Schlecht, schlecht, schlecht! Das ist so cool. Cool, cool, cool. Ich glaube, ich kam da. Geflogen. Hab ich mal zwei. Ja. Ey! Cool, gekrätzt. Oh! Das war... Boah, boah! Ich hab den gleichen Strip nochmal gebracht. Die letzte Mal mich selber. Fiss was. Nein! Okay, komm! Hörst du auf mit dem Bullshit! Boah! Wie ich ihn weggesnipert habe? Kack! Ich bin voll verdirbt jetzt. Ey! Ich hab den Kriplof nicht voll weggeballert. Nix aus dem Schutz. Und, mehr so. Was? Was? Was ist das? Das war der Lass und den Trotsch nach. Guck mal, wieder nach hinten geht. Und, mehr so. Da trifft mich die Grüne. Oh, ich bin voll da. Mit dem Kassen. Ich bin nur siebter. Du musst da vorne kommen. Halt! Ich bin noch schon voll am Drift. Ich komm trotzdem hier um die Probe rum. Gar nicht. Deshalb einfach mit. Ich bin nicht an der Wand schlagen. Ja, ohne Spaß. Au! Da hat mich die Blaue getroffen. Das ist doch alles geil. Oh, warte mal. Blau ist das im Ratsch. Ach da. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir jetzt mit dem Ratsch? Was machen wir jetzt mit dem Ratsch? Hashtag verdient! Go for it! Nicht da, ey. Nicht von hinten hin. Oder? Du frittst dich über mich auf, ey. Ich darf doch auch mal Glück haben, ey. Achtung und Rakete. Ich liebe Rocket League. Wow. Oh, da habe ich ein Toh gezündet, ey. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Na komm, das ist Saschas Heimatstrecke jetzt hier. Ich mag die Strecke echt gerne, aber auf dem Motorräger kann ich ja überhaupt nicht. Sorry. Puh. Ich bin gerade voll fertig. Einmal ganz bisschen ab. Jetzt kommt mein Handy raus und... Ach so. Saschas Handy spackt rum. Nicht zu knapp. Das ist nicht zu knapp. Samsung, ich sag ja, zwei Jahre, Garantie vorbei, gerade eine Woche, kaputt. Er hat schon einen Abgang gemacht. Ja, okay, wenn ich auf 12.000 reihe. Kein Produkt mehr traten, ich kaufe HTCs, HTC sind viel besser. Katschig! Jetzt hat die Nummer von einer Woche überlogen. Ich hab eins, HTC M9, ich bin echt zufrieden. M9 oder A9? M9, M9. Scheiße, das ist M8. Ich glaube, die M-Reihe hat noch ein bisschen mehr Hardware, ist aber auch nochmal unerflicht. Meine Schwester, das A9 ist aber auch nicht zufrieden. Ich glaube, die Kamera ist nicht ganz so kack, was meinten. Ich kann echt nicht drüften mit den Scheiß-Bikes. Ja, was soll ich denn sagen? Ich glaube, hier noch... Ich meine, die sind Menschen, die sich hier eine Rakete vorschieben, ey. Das war schlimm. Echt, das war meine? Wo ist die durchdachtende Stolz davon? Probieren wir eine Rakete. Das war ziemlich betroffen. Ich hab meinen HTC auch noch nicht zwei Jahre, also ich kann nicht sagen, ob ich das nicht auch kurz nach der Garantie getötet habe, ob das geht oder nicht. LOL! Aber knappig. Ich kann dadurch die E-Trips durchfahren. Ich hab mir auch die E-Trips durchfahren. Ich hab mir auch die E-Trips durchfahren. Scheiß, warum hat der E-Trips durchfahren? Warum was? Um die... In der zweiten Sende, ich dachte, das ist so... Jede Runde zählt... Der hättest schon wieder, als das zweite Mal, wenn eine Rakete getroffen wurde hier. Oh mein, falsche Kurve. Das war noch nicht die Kurven, der ich dachte, das ist so... Dritte Rakete. Oi, oi, oi. Hat er aber nicht gebrochen? Nee. Jetzt schiedelt Sascha sich hier nach vorne. Oh Gott! Die Rakete hat aber auch immer einen beschissenen Moment. Ja, komm! Zweite blaue. Ganz freundlich grüßen von ganz hinten von mir. Fuuuck! Seh nix. Genau. Easy! Loll! Loll! Ja! Alter, ich hätt die Grünen mal nicht nach hinten schießen sollen. Ich hab die alle wahrscheinlich getroffen. Ja, sehr gut. Fuuuck! 5 auf 2! 5 auf 2 bei dir! Ja, hab ich gern gemacht. Ja, hab ich gern gemacht. Ja, ja, ja. Ich hab's so verhängnissen. Ja, wahrscheinlich schon. Aha, manchmal muss man die Arme ja auch unterstützen. Wieso ist mein Handy an? Was? Ich hab den Akku grad nur wieder reingelegt. Wie kann das Handy ansehen? Fuuuck! Das hat ja schon beim ersten Mal so gut mit Karts geklappt, die Strecke. Häh. Hmhm. Oh, alles. Sorry! Sie sind so saubig. Eigentlich bin ich ein bisschen saubiger. Ohhhhhhh! Hey! 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 Ankommen! Sehr gut. Was ist denn? I said hey, what's going on? Nein! Ihr könnt mich alle mal! Verdammt, was ist das früh? Weiß drauf. So, mal. Hey, hey, hey. Nein, nein, nein! Finde ich gut, wenn ich was mache. Nein, nein, nein! Oh! Was? Was ist denn? Ich bin ne Blaue. Drittes Rennen, dritte Blaue! What the fuck is denn hier los, Siasch? Really schön für dich. Ich bin hier so auf dem sechsten Platz rum, das ist überlaufen. Ich bin hier so auf dem sechsten Platz rum, das ist überlaufen. Ich bin hier so auf dem sechsten Platz rum. Ich nicht. Nein! Ah! Was mache ich hier? Oh! Ich hab bezüglich doch keine Ahnung, was muss was. Ich hab richtig scheiße gebaut wieder. Zweite Mal im kurzen Fall. Ich werde trotzdem nur sechster. Nein, komm, da... Warte. Oieieiei, das hab ich voll versaut jetzt. Ich hätte noch zweiter oder dritter werden können. Hab ich gefreut? Ne, bin ich nicht. Ne, ne, ne. Ja, 3 Punkte vertauscht. 3 Punkte. Schon wieder so knapp, das gefällt mir nicht. Doch, mir schon. Ne, ne. Borduch! Bleib mal schön weg! Ich hab schon 2 Meter von O2 mit, wo wollen die denn hier? Was heißt denn noch O2? Sorbelen? Nein, das ist ja nicht so. Weißt du, ich kann sie jetzt fangen, dasselbe... Du hast 80% Akku? Nein, nein, nur Waffe. Achso, achso. Puh! Nur noch 3 Punkte trennen uns. Vorletztes Rennen. Go for it! Immer kein Item. Ja, super. Noch ein Begon. Kurvenlage von der Motorrad. Hey! Oh! Nicht an der Banane aus. Hallo? Gehst du noch eine Kurve? Ja, das habe ich ja auch gehabt gehabt. Kann man auch nicht kommen. Nein, 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 nein. Ich will nicht... Ich bin Tröte gegen den Stern eingesetzt. Das war irgendwie sinnlos. Das war ein Reflex. Ich glaube nicht, dass irgendwas mit Stern aufreisen kann tatsächlich. Oh, geh weg! Das ist doch ein schlechter Witz, ey! Die Hauen, glatt gefahren. Super! Ich bin immer noch klein. Das ist doch groß, danke. Wie kann ich denn an dem Item vorbeifahren? Und es ist noch. Alles offen. Ich sag ja, alles offen. Oh! Das war knapp. Oh! 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 Was? Also, das ist doch nochmal der Dogie-Kong! Oh! Oh! Eine Art Kugel? Oh! 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 Rang, das gibt wieder ein paar Punkte Luft. Cheat! Acht Punkte fürs letzte Rennen, das muss reichen. Mehr hab ich nicht. Aber ist noch alles offen. Acht Punkte ist hart. Acht Punkte ist hart, aber nicht unmöglich. Und es wird... Oh Gott! Die Katastrophenstrecke vor dem Herrn. Oh ja. Und mit dem Motorgeraden. Meine einzige Hoffnung ist, dass du auch nicht unter die Top 5 kommst. Alter, wo fahr ich denn denn? Und ich hab nicht mal ein Eizung bekommen. Ich hab ein Eizung bekommen. Bist du das bei dem Motorgeraden? Alter, wo fahr ich hier denn längst? Ich komm kein Stück um die Kurvenrott. Nein! Nein! Du, du im Stern ist die Kurvenlage musst du nicht ganz so machen. Achtung, gehst du weg! Fixer! Oh! Ei! Verkommst du ab? Arriba, arriba! Arriba! La Cucaracha! Oh nö! War das so gut in den Topf? Ja, nicht schlecht. Wir haben uns überlaufen. Fuck! Nein! Oh oh! Wie kommt der mich denn jetzt an? Das ist, wenn du schon mal den Griffknopf gedrückt hast. Okay, den ziehen wir einfach mal so durch. Oh kacke. Ich bin VAA ey. Aber es reicht immerhin nicht für dich. Aber die KI könnte mich jetzt ein. Puh, was ein Chaosrennen zum Schluss ey. Nein, das reicht. Sehr gut. Ich schnauze den dritten ab. Huiuiuiuiui! Bullshit! Ja. Dann war echt schlimm. Das war mal ne spannende Folge mit nur Bike. Glaub ich nicht noch mal. Aber es war was anderes, liebe Leute. Wir bedanken uns bei euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Mir hat wieder Spaß gemacht. Und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein! Tschüss! Tschüss!